Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge heute mit Ultimate Zombie Defense haben wir auch über Key Meryl gekriegt und wir schauen uns kurz mal im Shop an kosten um 4 also wird nichts berauschendes sein aber trotzdem sah es auf den Bildern gar nicht so übel aus ist halt Action Abenteuer Spiel geht wohl Koop aber wir testen das hat mal im Solo aus ähm erschienen ist es in Early Access am 21. Februar diesen Jahres in die letzten Jahres ne macht Dezember steht hier Februar Early Access verweisen ok setten wir mal rein Drei Maps gibt es Stadtrand Brücke und Limon Charakterauswahl steht nur nicht bei wer was kann Fertigkeiten bauen also man kann auf jeden Fall Level und dann hier sich spezialisieren auf Schwerarzt Spezialist oder Ingenieur nicht schlecht wenn das Spiel jetzt ingame auch noch was taugt könnte man das für zwischendurch immer mal zocken ich steh auf solche Spiele aber Grafik ist ok und Steuerung oder auch sehr gut tolle Anlamation sind schon genug für den Preis Mit Bild- und Bausatzmodus, cool. Fässer zum Explodieren, elektrischer Zaun, Flutlicht, Munitionskist, Stacheldraht, nicht schlecht, man hat 2 Minuten 30 Zeit, okay, jetzt haben wir aber auch dann Kohlen, 1000 Dollar, ne, keine OZI, ich habe mir verkanal bei der Familie gegangen, Pistolen, nicht schlecht, Stinkepistole hat man unendlich, Nehmen wir mal nur ne Runde, Wille 2, Obwohl steht mir nur eins da, Hm, kannste nicht auch ausmachen. Hm, hm, ob das noch so leicht ist, haben wir klieg nichts, oh nein. Oh, da 私 ich nicht oder ich 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 Ah, jetzt haben wir schon 3000. Ah, ich spare lieber für die Skar. Ah, dann gibt es sogar Wachposten, also Sentry Gun, Geschützturm, den testen wir mal, drehen wir es eher, ok. Cool. Okay, das Ding da fest. Ja, das Ding, auch einfach. Wir haben jetzt Schmiddel, 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 Schmiddel. Aber noch kommen, klar. Ah, das ist schon sehr klar. Ah, das ist schon sehr klar. Ah, das ist schon mal. Ah, das ist schon mal. Da ist noch eine Flüssigkeit. Das ist so großartig. Das ist so großartig. Das ist jetzt ein bisschen eingeschlappt. Ah, jetzt sind wir die Dings dort weg. Dann müssen wir jetzt ein bisschen eingeschlautern. Die Dings ist jetzt ein bisschen eingeschlafen. Hält wohl nur ein paar Runden. Und wenn wir dann am Ende der Runde selbst geheilt haben. Waffen kann man auch upgraden. 17.500 kostet das. Wir haben jetzt nur 720 Schuss. Kein unendlich mehr. Waffe machine! Sein Schritt! Igen Schritt. Also die kommen nur von links und rechts, da könnte ich mir vielleicht auch oben einbunkern. Das geht sogar hoch in einem anderen Stock. Gut zu wissen, wir haben quasi so eine Art Flucht. Nicht schlecht. Das kostet noch ein bisschen, das geht ja. Das kostet noch. Das kostet noch. So. 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 Das war's für heute. Was war das? Das war's für heute. Das war's für heute. Nicht schlecht. Was haben wir noch für Spielzeug? Landmiel. Oh ja. So eine. Brauch ich mal. Hier kam viel von oben. Betonbarriere Holzspitzen. Oh jo. Dann. Da brauchen wir noch mal einen raus. Was war's für heute. Herr Samar. Wohlra présen Sie die Worte. Jetzt wird es noch eine Erwartung. Wohlraus. 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 Nach dem Bunker. Bunker. Wohlraus. 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 Da haben wir die sehr stärkste Waffe, wo die auch nicht gepinnt ist. Damit kommen wir noch eine ganze Wunde klar. Warte, was die Kaufe? Warte, was die Kaufe? Was ist das? Das sind die Flüchtlinge. VIRTUBE Einfach Posten. Dann macht der die eine Seite nicht die andere. Ist auch nicht schlecht. Wir sitzen weiter hinten, dann hat er mehr Zeit. Gut, dann testen wir das mal mit. Das ist gut. 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 Gut, dann testen wir mal, ob die das alleine schaffen. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Töter einen Bosse-Tüfen. Wir leben noch immer. Sehr gut. Reparieren. Null. Wir sind kaputt. Ja, ja. Die Erzeugung könnte nicht. Und die Elektro-Tüfen. Sentries sind auf jeden Fall cool. Ich steh auf Sentries. Und wenn es so wie das aussieht, haben sie das. und dann ist er mit der eigentlichen Tessler Tower, Terminator Tower Aber ich finde ihn richtig viel cooler Ich habe die Einzelthema, die wir tun noch etwas mehr Ich bin der Wiener Heyer Ich bin der Wiener Ich bin der Wiener Ich bin der Wiener Ich bin der Wiener Achtung! Achtung! Hm, click on the active again. Okay. Let's get off the official. Oh my gosh. I can't see the situation. Do you know that? Oh my god. I didn't cut you. Oh my gosh. 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 Das war die Sirene, die kreischt und gibt meinen Schaden. Ich baue noch ein Upgrade. Aber für vier Euro... ... 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